Herzlich Willkommen JugendHakt Ulm 2019. Mein Name ist Philipp Stefan. Ich darf den ersten Lightning Talk machen. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, wenn ihr mich später oder live seht. Ich erzähle euch was über Zulib. Das ist ein Online-Tool, das wir bei JugendHakt einsetzen, seit etwas mehr als einem halben Jahr. Da ein bisschen JugendHakt Geschichte zu. Wir haben lange Jahre Slack benutzt. Das ist ein kollaboratives Messaging-Tool und ein Gruppenchat. Die Open Knowledge Foundation hatte einen sehr schönen Slack und den haben wir lange Jahre benutzt, um auf unseren Events miteinander zu kommunizieren. Das heißt, da gab es einen Kanal für jede Stadt, in der JugendHakt stattfindet, zum Beispiel hier in Ulm. Da haben wir uns aber überlegt vor etwas über einem Jahr, wir wollen lieber mehr Richtung Open Source gehen. Slack ist Closed Source. Slack ist eine Firma. Wir wissen nicht genau, was mit den Daten passiert, wo sie in den USA liegen. Und dann haben wir uns verschiedene Softwares angeschaut, sind umgestiegen auf Zulib, eine sehr schöne Open Source Software, die wir gefunden haben im Internet. Wir hosten sie selber. Sie ist Open Source. Wir setzen sie seit Mai bei uns bei JugendHakt ein für unsere interne Kommunikation auf den Events, aber auch darüber hinaus, denn wir nennen es Online-Community. Wir wollen ein bisschen JugendHakt rund um die Uhr und durch das ganze Jahr dort veranstalten. Das ist sozusagen dieses Konzept der Community, ein Ort im Netz für alle Alpakas. Mit Alpakas meinen wir die gesamte JugendHakt-Bubble, das heißt hauptsächlich TeilnehmerInnen, aber auch MentorInnen und Ehemalige. Und wir wollen uns da vernetzen und wissen, dass das eigentlich sehr schön ist, da viele Experten und Expertinnen zu versammeln. Das soll auch ein Ort sein, um JugendHakt-Projekte weiterzuentwickeln. Das heißt, manchmal ist ja der Hackathon viel zu früh zu Ende am Sonntag und darüber hinaus möchte man noch weiter arbeiten. Wir dachten, das wäre auch schön, es wirklich zu fördern, dass man da weiter in Kontakt bleibt untereinander bei den Teilnehmenden. Und das ist auch tatsächlich schon passiert, seitdem wir das jetzt einsetzen. Das erste Mal war in Rostock im Mai, glaube ich. Und wir probieren es aus und wir lernen immer mehr dazu, was dieses Tool für uns tun kann. Und wir haben auch viele Wünsche und werden die in den nächsten Monaten und Jahren erfüllen. Und das eine ist natürlich das Technische. Was ist das für ein Tool? Wie können wir das nutzen? Das zweite ist das, was wir inhaltlich machen wollen. Das ist auch so ein bisschen mein Job bei JugendHakt. Wir wollen da wieder mehr Livestreams machen, dazu diskutieren, Chat-Aktionen. Wir hatten auch schon so Geschichten wie, dass wir die Zulib-Entwickler tatsächlich bei uns zu Gast hatten. Also so eine Art Ask Me Anything. Und wir wollen Themenmonate machen, wo wir tatsächlich dann aus dem ganzen schönen JugendHakt-Universum schöpfen, aus den ganzen Talks, die wir haben, aus den ganzen Leuten, die wir kennen. Die alten Hasen oder Alpakas kennen das. Es gab früher mal Hangouts bei JugendHakt. Das war auch so ein Versuch, gemeinschaftlich in einem Chat, in einem Videostream miteinander zu reden zu einem Thema. Und das wollen wir da so ein bisschen revivalen. Ich rede aber noch mal erst kurz über die Technik und dann komme ich nachher noch mal zu diesen ganzen inhaltlichen Konzepten zurück. Vieles davon ist jetzt interessant für die JugendHakt-Community selber, aber natürlich auch für Leute, die sich generell für dieses Tool interessieren. Unser Tool läuft unter community.jugendhakt.org. Das ist unser Server namens Hamilton, auf dem wir unsere Dienste laufen haben. Zulib selber gibt es als Desktop-App, als Mobil-App. Man kann es halt auch im Browser aufrufen. Es gibt für die Leute, die das unbedingt wollen, auch eine Terminal-Version. Und man kann es tatsächlich in solchen Multi-Messaging-Tools, die ich tatsächlich selber nicht benutze, aber ich habe mir davon erzählen lassen, die heißen Franz oder Rambox oder so. Das sind so Geschichten, wenn wieder man quengelt und sagt, ich will nicht noch ein Tool haben, sind das so Tools, in denen man verschiedene Tools vereinen kann. Also Zulib ist dank seiner offenen Schnittstelle auch da sehr gut zu erreichen. Wie wir das benutzen, würde ich euch jetzt gerne erzählen. Wir haben pro Stadt einen Channel, hier in Ulm, wo wir sind. Das ist einfach Hashtag, nee Hashtag, jetzt bin ich auch schon reingefallen. Raute, wie wir sagen früher, Ulm. Wir haben tatsächlich, die anderen sind dann halt Köln und Rostock und Berlin und so weiter. Diese Chats, diese Channels sind offen für alle. Das heißt, sie sind natürlich hauptsächlich für die Leute, die hier vor Ort sind, aber wir möchten natürlich auch, dass man von außen reingucken kann, und von außen heißt in dem Fall, der Server selber ist geschlossen, nur Invite only. Das heißt, da sind eigentlich tatsächlich auch nur, wie auf unseren Events hier, die Leute, die wir dazugeholt haben, die Jugendlichen und die MentorInnen. Setzt euch gerne, Publikum. Es gibt auch weitere Teams für alle, die übergreifend sind, zum Beispiel Projekte, Ausbildung, Tech Talk. Den gibt es schon tatsächlich aus dem Slack. Das heißt, wenn man sehr technische Fragen hat, gelabern natürlich, um sich GIFs zu schicken, aber auch tatsächlich Themenchannels, die über die Zeit vermutlich immer mehr werden, wie zum Beispiel Open Source, wo wir dann tatsächlich aus diesen Themenmonaten die Gespräche sozusagen am Laufen halten wollen. Eine Sache an Zulib ist neu und das ist auch immer die Schwierigkeit, aber wenn man es denn verstanden hat, macht es eigentlich viel Spaß, finde ich persönlich, aber ich bin auch sehr befangen. Themen. Das heißt, im Vergleich zu Slack und den anderen Slack-artigen Tools muss jede Nachricht ein Thema haben. Das kann man sich vorstellen wie den Betreff einer E-Mail. Das heißt auch sozusagen, dass man zwei Sortierungen hat in so einem Chat-Kanal, nämlich entweder eine chronologische, wer hat wann was geschrieben, das kennt man, oder man guckt einfach, wer hat zu welchem Thema was geschrieben und findet dann sozusagen alles, was mit dem Thema Python zu tun hat oder alles, was zum Thema Pizza zu tun hat, egal ob das jemand vorhin oder vor zwei Wochen geschrieben hat, zusammengefasst. Das Feature hat uns tatsächlich überzeugt, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, sich da reinzufuchsen, weil es offensichtlich genau für Communities gedacht ist, wo man vielleicht auch mal längere Zeit nicht reinguckt. Man kommt dann rein, es sind 300.000 ungelesene Nachrichten, aber man hat sozusagen immer noch den Zusammenhang, wo kommt dieses Thema her, das interessiert mich, ach da hat jemand schon vor längerem was geschrieben und der Kontext ist immer noch da. Und das Schöne ist, man kann es auch nachträglich ändern, also wenn man sich mal vertut, was sehr oft passiert bei diesem Tool, wenn man es noch nicht kennt, kann man auch das Thema wieder ändern und meine Rolle als Moderator ist auch so ein bisschen das zu sortieren, das heißt, ich mache da meistens auch gar kein großes Geschrei drum, sondern sortiere im Hintergrund ein bisschen die ganzen Beiträge, sodass sie dann schön sichtbar und schön lesbar sind. Wir haben über die Monate einige gute Sachen gelernt mit Zulib. Da würde ich einfach nochmal ein paar Tipps geben. Es gibt eine Ansicht, die heißt Alle Nachrichten, die ist nicht gut. Man klickt drauf und liest alle Nachrichten aller Kanäle aller Zeiten komplett durcheinander und ist frustriert, weil man nichts versteht. Ich habe das bereits angemerkt bei den EntwicklerInnen und die wollen das auch ändern. Also alle Nachrichten ist keine gute Idee. Man kann so tolle Sachen machen, dass man sich die Streams, also die Kanäle, die heißen noch Streams, die man am wichtigsten braucht, halt oben einfach anhängt. Das gibt es zum Beispiel auch wie in Slack. Man sollte immer nach Thema durchgehen, denke ich, und nicht nach Chronologie. Ein sehr wichtiges Tool, gerade wenn viele Leute gleichzeitig über verschiedene Sachen reden, ist gnadenlos das stumm stellen, was einen nicht interessiert. Dann wird man nämlich nicht untergehen in einer großen Menge von Nachrichten, die einen gar nicht betrifft. Wenn man das Ganze auf seinem Computer benutzt, kann man ganz viel mit der Tastatur machen. Ich nehme mir seit einem halben Jahr vor, das zu lernen. Also es ist total toll, wenn man ganz viel mit Tastatur macht, dann ist das auch eine gute Software. Und dann gibt es das Schöne, was ich sehr gerne mag, Markdown. Markdown ist so eine super einfache Auszeichnungssprache, mit der man so Fettkursiv unterstrichen, Links, Tabellen, alles Mögliche in Text reinschreiben kann. So ein bisschen wie mit HTML, aber noch reduzierter. Und das funktioniert auch. Das heißt, wenn man die coolste Nachricht haben will, dann kann man sie noch ein bisschen formatieren damit. Und ich poste damit zum Beispiel immer sehr gerne Tabellen, was einfach schön ist, wenn man zum Beispiel wie jetzt diesen Lightning Talk Programm, das ist eine Tabelle und die kann man tatsächlich dann auch in einem Chat abbilden. Das finde ich eigentlich schön. Es ist ein bisschen schwierig, vielleicht das auf dem Handy zu schreiben, aber es geht tatsächlich. Was schön ist an Zulib, dass es sehr offen ist. Es gibt eine API, es gibt Möglichkeit selber Bots einzusetzen. Das heißt, jeder User, jede Userin kann eigene Bots dort auf dem Server laufen lassen. Das ist auch so eingestellt von uns, dass das geht. Ich bin nicht der Experte dafür, deshalb ist es so ein bisschen reinkopiert. Ich glaube, der einfachste Bot ist so eine Art Webhook. Das heißt, das ist so eine Geschichte, die halt irgendwelche Sachen aus dem Internet rein liefert. Wir haben zum Beispiel einen Giphy-Bot und einen Wikipedia-Bot. Dem kann man halt eine Frage stellen und der antwortet zurück. Man kann aber auch tatsächlich in Python interaktive Bots schreiben. Das heißt, das ist eigentlich so eine Sache, die ich mir für die Zukunft noch erhoffe. Wir sehen das ja auch immer wieder. Es gibt so Ansätze wie die Jugendhackt-App und sowas. Die liest da auch schon mit einem Bot unsere Ankündigung raus. Aber noch cooler wäre es natürlich irgendwie ein Bot, der einem Bescheid sagt. Hey Martin, du wolltest doch irgendwie erinnert werden, wenn Jugendhackt in Köln wieder ist. Und ich kann dich automatisch anmelden und sowas. Also was ich damit sagen will ist, das ist zwar der Server, den wir hingestellt haben, aber die Idee ist, dass jeder darauf Dinge machen kann. Und ich finde das total spannend, was wir da alles nochmal machen könnten. Und vielleicht kann man da auch einfach mal in Zukunft noch Lightning-Talks konkret zu dem Thema an den Start bringen, wie man sozusagen diese verschiedenen Integrationen machen kann. Daten rein, Daten raus, natürlich keine Daten klauen. und so schöne Funktionalität ergänzen. Diese Links dort sagen euch alles, was ihr darüber wissen wollt. Was aber auch schön ist und da würde ich eigentlich tatsächlich auch gerne hinkommen in unserer Community. Zulib ist halt in Python geschrieben, die Mobile Act in JavaScript im Wesentlichen mit React Native, mit dem Framework. Das ist auch sozusagen eine App für zwei Betriebssysteme, Android und iOS. Das ist alles Open Source und so öffentlich und tatsächlich relativ gut dokumentiert, wie es halt nur sein kann. Also das ist natürlich nichts für jemanden, der noch nie programmiert hat oder Angst davor hat, sozusagen, da mache ich was kaputt. Aber ich habe den Eindruck, die Developer sind sehr nett. Ich habe schon einiges mit ihnen besprochen. Immer wenn wir auf einen Bug stoßen, gebe ich den halt weiter. Und das ist dann auch nicht gleich so wie, ja klar, das ist Bug 37. Sondern die sagen immer auch ganz cool und wie ist das bei dir passiert und dies, das. Und wir haben ein neues Issue eingetragen. Das könnte ich auch selber, wenn ich Programmierer wäre. Aber ich sage dann einfach immer den Developern Bescheid und die bemühen sich sehr, sehr viel. Und meine Wunschliste vor allen Dingen für die Mobile App ist relativ lang. Und das ist jetzt so meine Idee, dass über die Winterzeit einen Bug und einen Feature-Wunsch nach dem anderen abzuarbeiten. Und ich hätte tatsächlich auch gern, wenn jemand ja sagt, ich hätte echt gern Bock in Python oder in JavaScript was zu machen. Warum nicht Jugend Hakt sozusagen mit denen direkt zusammenarbeiten und gucken, dass wir da das fixen, was uns tatsächlich am meisten stört und was dann auch wieder allen zugute kommt. Genau, diese Bugs, die sammle ich tatsächlich. Wir haben tatsächlich eine Gruppe dafür, die heißt Zulib, genau wie die Software selber. Da haben auch viele Leute schon geschrieben, wenn was nicht funktioniert. Und ich freue mich über jeden und jede, die direkt Bugs einreicht. Aber man kann es auch bei mir abladen und ich trage das dann einfach weiter. Und natürlich, das ist genau dieser Mitmachteil. Im Moment nutzen wir das hauptsächlich oder alle, die hier sind, um in Ulm miteinander zu kommunizieren. Das soll aber weitergehen. Und ob es jetzt darum geht, warum machen wir nicht mal einen Themenmonat zu Game Design? Oder warum machen wir nicht Channel zum Thema Klimawandel oder so? Das geht einfach alles und das machen wir dann auch einfach alles. Also die Idee ist, dass das immer mehr zu einer Sache wird, wo ich irgendwie nur noch daneben stehe und das gut finde und gar nicht mehr so viel selber machen muss. Genau, ich bin weiterhin hier auf der Veranstaltung. Wer bei uns in der Community ist, kann mich dort unter philipp auf Moderator zu finden. Oder auf Twitter oder überhaupt im Internet. Und auch unter den Jugendhack-Kontaktgeschichten. Also die Idee hier ist so ein bisschen bei dem Talk, der richtet sich in erster Linie an unsere interne Community. Zweitens an alle, die vielleicht für Zulib interessiert sind. Aber ja, ich bin da eigentlich jetzt auch nach inzwischen fast einem Jahr, wo ich mich mit der Software auseinandersetze, kann ich da viel zu beantworten. Und das mache ich auch ganz gerne und auch in der Ferne, wenn das jetzt jemand in einem Jahr erst sieht, schreibt was drunter. Haben wir Fragen dazu? Wir haben glaube ich keine Fragen dazu? Sehr gut. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Lightning Talk. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020